So ihr Lieben, heute nehme ich euch einfach mal privat mit. Oh Gran Canaria, oh Gran Canaria. Und jetzt das Wetter. Hallo und herzlich willkommen hier bei rpv Gran Canaria. Ja, wie ich es gerade schon sagte, ich nehme euch privat mit. Ich war gestern Abend unterwegs und ihr seid da alle schon dran vorbeigefahren. Und zwar pro Urlaub mindestens zweimal. Denn einmal, wenn ihr vom Flughafen kommt und einmal, wenn ihr wieder zurückfahrt. Die Rede ist von San Agustin und zwar die Kartbahn. Ja, die Outdoor-Kartbahn. Ich war da seit, ach keine Ahnung, bestimmt acht Jahren nicht mehr. Und es war so schön, weil es wurde so schön kalt. Und wir kamen auf die Idee, so eine kleine Truppe und sagten, weißt du was, jetzt lass uns mal Kart fahren. Wir hatten keinen Parkplatz bekommen am Soul-Festival. Also alternative Kart fahren. Und das habe ich getan. Und da nehme ich euch einfach mal mit. Bitteschön. So, und dann geht's los. Oh. Oh. Oh! 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 실 Hospital oh krank 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.